Oh hervorragend, muss ich wirklich sagen. Also ich bin eine große Fan von Circus und jetzt kommt die Löwen und da bin ich noch eine größere Fan. Also heute habe ich so toll gefunden, die Elefanten, die waren sehr sympathisch und dann auch die Seals, ja, süß, ganz ganz süß mit den ganzen Fischen essen und anschließend mit den Bauchreden, toll, toll, muss man sehen, muss man kommen und sehen, es ist wirklich super gemacht. Es war so unglaublich lustig, aber der ist so charmant und liebenswert dabei, aber ich war natürlich irgendwo aufs Schlimmste gefasst, aber es ist ja wirklich so, man muss so lachen, wenn dann plötzlich so die Stimme ändert, einmal ganz tief, einmal ganz hoch, einmal sexy, einmal nicht, war sehr lustig. Also kann man nicht toppen, ich habe noch nie so ein gutes Programm bei KRONE gesehen, ich bin ganz begeistert, also manchmal ist es nicht so toll, aber diesmal ist es wirklich top. Die heutige Vorstellung ist unwahrscheinlich gut, am besten gefallen mir die Elefanten und die Seelöwen, weil die sind mit so viel Witz vorgetragen, dass es einfach nur schön ist. Es ist unglaublich, was man mit Tieren machen kann, wenn man sie wirklich fordert im Service. Es war total schön bis jetzt. Also wir hatten Spaß und meine Schwester und ich haben ein bisschen Angst vor Clowns, das macht es ein bisschen schwierig, weil nicht jedes Mal, wenn der Clown kommt, uns so ein bisschen ducken. Aber er hat uns bis jetzt noch nicht entdeckt, ne? Ja, ich habe es geschafft. Ja, genau, wir essen jetzt ganz viel Eiskonfekt, auf das wir dann uns noch mehr verstecken. Das ist absolut gegen die Angst. Gegen die Angst, genau, für die Nerven. Die erste Halbzeit war phänomenal. Ich freue mich immer unglaublich auf diesen Abend mit den tollen Sensationen. Wir haben tolle Künstler gesehen, super Akrobaten und gerade eine unglaubliche Clowns-Nummer. Künstler gesehen, super Akrobaten und gerade eine unglaubliche Clowns-Nummer.